Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt, der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen, da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, Folge mir nach. Philippus war aus Betasaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Da sagte Nathanael zu ihm, Aus Nazareth? Kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, Komm und zieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Nein, ich sage euch mal, Auch hier Seniistorfatonen, die partie нашей wannagen Thingsco. Biet Seele Silver Berlin Berlin Vielen Dank.